und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge VWKINGDOM ich ja ich ich bin extra noch mal oh Daily Quest kann ich schon wieder machen Daily Quest heißt hier übersetzt ähm täglicher also jeden Tag täglicher Quest so was war habe ich mich hier habe ich noch nicht begrüßt so so zu einer weiteren Folge VWKINGDOM davor Eigenfalls haben wir eins gemacht ist immer nach Helonia Kurs und haben noch paar dies gemacht bisschen mehr gemacht also Haus aber ich habe mir für mich selber eine Hausaufgabe aufgegeben und die habe ich leider nicht gemacht ich trottel wo ich frage mich jetzt wie so alles hängt Alter ich so ich wollte ja gucken äh Shopping in the item mall also in diesem item mall weil ich ja sollte ich ja nach einem Dings gucken nach irgendeiner äh Dings irgendwie kuh scharf war irgendwie ich muss mal gucken Shopping get äh da auf schaue 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 wo es da ist mein englisch doch nicht mal fortschrittlich ist da auf das wort rote warte 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 zu mir erst mal sie ins gar auf Skorov 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 um die beiden fünf und noch für Backpacks look cool Skorov schädte m m auch um die sei noch ist da aufgucken es ist ja es da auf es war vorher ein schal wenn man das so sieht jetzt nee ich war ja immer auf scharf aber das heißt ja schieb geholt auch nicht auch allerdings die bauten juli also diese die kreis in nun ja sie lieben mach ich jetzt nicht aber ich will erst mal kurzzeitig um kurz mal unterbrechen weil ich muss mal sehen was sie die ganze Zeit leckt alles wir sehen uns gleich das sind wir wieder bei Aura so das erste Problem war ich hatte mein Gameforge an ich bin ja in Gameforge zur Zeit auch aktiv weil ich gucke ja nach neuen Spielen alles und so weiter und so so diesen Shopping in der Eitelmode da da war die ich machen da wenn ich selber alles machen da guck ich selber nach weil ich hatte jetzt auch das naja wie soll ich sagen ich hab's mir eigentlich selber versprochen denn ich das selber mache zu suchen so ja ich hab's vergessen es war meine Hausaufgabe auf so in Minecraft habe ich ja Thema angesprochen Schule und Post ja das Schule scheiße ist und Post zu dämlich ist so in diesem Thema werde ich Animes MMO Animes Fantasy Animes so ich gucke ja zur Zeit seitdem keine Ahnung seit Folgewoche Samstag gucke ich eine Folge eine Staffel die heißt Sword Art Online abgekürzt SAO und äh die kommt immer bei Anime Max wenn 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 ihr jetzt wenn ihr jetzt Satellit habt also Satellit ähm gebt sucht mal also gebt mal ein äh ihr könnt ja bei eurem bei den Satellitenboxen könnt ihr ja eingeben äh Anime Max ich werde euch einen Kanal schreiben wie das heißt und dann seht ihr dann äh na wie es aussieht äh das kommt immer so 17.45 Uhr geht bis 18.38 Uhr also 40 Minuten 46 Minuten ist aber eine sehr gute Serie und die Firma die hier Aura Kingdom entwickelt hat die entwickeln zur Zeit an SAO ohne Scheiß an SAO ich hab mal nachgeguckt also die entwickeln wirklich jetzt schon so SAO SAO alles so es gibt oh jetzt bin ich in der Welt drin so dann wünscht ihr mir viel Glück das geht ich bin ich auf einmal jetzt habe ich einfach paar tausend mehr okay wo muss ich jetzt hin da lang eigentlich folgen nur da rein da rein da rein da rein ich bin ich mir ich bin ich mir ich bin ich mir reinbringen Alton naja diesen 99 und ich bin 27 aber ich heute die größtraten mit Schraus ich habe jetzt in der mit spielenzahl ansatz müssen da jetzt ich sehe jetzt ja dahin weil ich ja zum Glück Dings bin Schausschützer und meine Eide Lundings habe komm mal ja zu töten Vampir Bud also Vampir Fleber Mäuse also noch das mal zu sagen die Firma die welche ich in die Beschreibung reinschreiben die entwickeln zurzeit an SAO und Aufheim also ich weiß nicht ob sie Aufheim machen Aufheim online aber die werden an Sportart online als MO also ich werde euch dann noch die Folge reinschreiben weil die kommt ja so 17 Uhr um von 40 Jahren jetzt ist in der Zielgruppe bitte leider ich mich um ein Video ohne ich bin zu einer der also Prozent der Sagen kein Altsheimer hat sondern manchmal hochvergesslich nur da lieber alles doppelt sagen will das ist jetzt ab was nicht also bis LV 100 Gäder spiel Teleport Please enter Wo 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 Alter Das krieg ich verloot Ja nischt Bitte mich verarschen Ich will mal Loot wieder haben So Da hat ihn dort gekriegt So Was man jetzt hier drücken So Geschafft Aber mit einem genietig Jo Da muss da weiter So wie weiter muss noch Bis dahin To Crescentile Dann haben wir auch wieder Daily Quest geschafft So Aber wirklich Animes Sind so Die mich da aufgebaut haben Wirklich mal Our Kingdom zu spielen Also Animes komplett Aber wenn euch das Spiel wirklich gefällt Spielt's doch einfach Spielt's doch einfach Spielt's doch einfach Ihr könnt das bei Steam holen Oder bei Bei Zum Beispiel das hier Bei Steam Oder bei Bei der Seite Die ich euch dann auch noch reinschreibe Wer das Game entwickelt Aber ich würde sagen das Game Entscheint vielleicht dieses Jahr Oder erst nächstes Jahr Weil die bringen ja Ein Spiel für die PS3 und PSB Daraus das heißt Sword Art Online Lost Song Also Ich kann Ich habe ja keine PS3 Und keine PS4 What the help Also jetzt heißt das Jetzt müssen wir dran Heißgeleisten habe ich Aber guck mal Ich krieg das alles alleine hin Weil ich mach ja mehr Damage Aber ich habe ja keinen mit nur so einer Sturmkanone genommen Okay Oh 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 Dieses Ding Nee, ich fehlt den großen Ach komm Du ist Momma macht mal das hier Dass die uns nicht näher aus Oh oh Mein Ding ist verstauen Mein Eidolon dann stehe ich in einem kampf gegen komm wir weg jetzt wird loot kriege ich ja nichts jetzt probiere ich alle meine skill leisten aus die ich habe jetzt höre ich den schnell aber ihr könnt es nicht machen ich habe vergessen meine skills aufzubauen also ich verliere jetzt zurzeit erstmal kein level also kein live so richtig aber jetzt kann ich zurzeit richtig erleben müsste das ist das mal jetzt alles von oben kommt weil ich will wirklich dass man überall die daily fest geschafft haben das war dann wirklich groß sagen ganz richtig gut gespielt also gut mal bei meinen leid an das ist nicht aber auch so gutes spiel wenn es auch auskommt dann ja das Problem ist es man braucht so ein oculus lift später heißen sie nervt die um und geschafft so so war naja ich habe mich ja nicht zu so und aber es ist ja dort liegt ja da jetzt mit den roten ne da haben wir angefangen, da sind wir rüber, was reagiert denn jetzt nicht, ne ich dachte das Internet wieder, aber später auf meinem Rechner sieht es ganz anders aus. Wo sind denn da hin, was da, so, erledigt, gib mir das, ja, und was Kriechengut ist, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, oh, Loyalitätspunkte, nicht mehr, also mehr habe ich nicht bekommen, so, jut, dann weiter, dann jetzt hier raus, jetzt, und mit dahin kann man auch gewinnen, wusste ich ja nicht. Also, ich weiß jetzt schon, dass das bis 1199 Kette spiel, und wir sind jetzt so bei 1130, so, oh, jetzt hinkt's kurz mal, 8 Uhr am Abend, so, der nächste Quest. I win an blood, hab ich das schon, ne, also, I win, äh, das ist jetzt, die Daily Quests sind immer solche Quests, oh, 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 ich dachte ich verrückt, Oh, 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 oh ach du scheiße so jetzt muss ich den mann schnell und ist ein heidelbefehl ohne akkomm zum modier fertig du musst schön setzt gut jetzt mit meinen händen die die fluss in der Rechnung also es können doch immer nicht jetzt liegen das ist bei mir spackt wie nischt so okay weiter geht's wir sind auch so blöd und laufen noch in die Fallerin die schon geplant habe naja ich soll so in der Falljahre Kieran jemand ist sieben wir haben leider keine Chance gegen mich weil ich muss ja glaube wohl ich muss er bis hierhin jetzt Röder kämpft jetzt jeder für sich aber unsere kleine Unterstützung kommt hier das Problem jetzt ist liegt am internet das ist irgendwie das hängt und mein Dings ist dort das muss sich ausruhen oh man nee das ist jetzt das Internet reagiert schlecht oder ich habe meinen Skills abgelaufen ich kann erst mit nächsten Level wie das gilt ein Hintuch rasant schnell oh und so zack so kommt schon kommt schon das ist Thema Anime habe ich ja schon mal angesprochen denn ich bin sehr gut finde so komm schon ja jetzt muss ich auf die das werfen jetzt naja also jetzt siehts aus wo ich werde sterben weil die wollen das vielleicht ein SRO auch so rein machen wenn du gestorben bist aber ich weiß nicht ob das wirklich so stimmt ob die das wie in diesem Anime machen wenn du tot bist das nur erstmal im Kummer liegst oder so da kann ich nicht machen ich bin jetzt die Kugeln zu der wieder reden da kann ich nicht machen und noch ein Punkt ok aus und jetzt und 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 das macht mehr Schaden das kriegen alle zum Glück so wenn ich meinen Rechner habe und den Falle funktionsfähig gemacht habe also werde ich jetzt erst mal auch dann ein neues Projekt empfangen also Ender Games weil ich dann mehr Rechner weil ich dann das mehr habe was soll ich machen was soll ich machen jetzt sind jetzt keine Kugeln hier auch ich kippe sind ein paar Monsters aus und zack zack oh man es liegt jetzt auch am Internet so oh ne ich bin müde hey und und feier Scheiße ich dachte die Prozesse ohne an ich brauche keine Heiltränke ich habe es so keine gebraucht so in etwa ich mache jetzt hier selber platt jetzt ist auch hier nur schnell dabei irgendwas mit diesen Emi-News-Boxen es ist das Wort aber es blöd dass sie in manchen Instanzen wenn du alleine gehst finde ich auch blöd bei MMOs bei manchen Instanzen kriegst du ja Loot also bei Staubs ist ja immer so dass du Loot bekommst aber hier im Aura ich bin ja einer Einzelinstanzen Instanzen genau ich sehe gerade bei MMOs App und ich habe nur 5 Minuten Zeit die Instanzen zu beenden aber ich mache Ruhe weil du willst du nicht ah da hin muss ich gut Zeck den Bestand so weiter geht doch auch mal die sie die will auch die sind eigentlich ganz schön schwach die kriegt mich nicht zum sterben und jetzt jetzt ist der andere mit reingebaut also in die Falle reingelaufen und hier ist es ja Juki hat sie keine Barsen etwa so ich muss ja so Juki hier die nicht die nicht hier und zack jetzt seid ihr beide in die Falle gelaufen das blöde ist die Scheiße das ist nur ne jetzt so so es liegt jetzt so im Internet dass es ein bisschen hängt so so sind auch die Smartpots Smartpots da zu können die schon mal hier jetzt neun 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 jetzt einfach nur die Falle rein nehmen neun neun lächidas da liegt sie jetzt schlafen der ich probiere es jetzt mit dieser attacke nun mit der hellos dass man dann die instanzen hier schaffen also jetzt wird so sein dass noch auf diesen Prozent die es noch genügend Prozent die Kräfte sind um das ist ja und so für die Idee die Kräste ich ja nicht machen am Tag das ist ja auch die Folge alles es wird nicht dauern da ist da oben da oben so und jetzt muss man den Schlag hier da gibt es mir auch kein Blut so richtig das finde ich auch bescheuert die TK richtig schön gut mache ich alles nach oben oder jetzt noch das blöd dass sie immer bei den Kämpfen gleich reden wollen das ist ja auch durch ab ihn so jetzt kommt die Zwischensequenz die haben hier alle jetzt besiegt alle da wo man wups ausmachen aber jetzt steht die im Weg müssen jetzt Doreen aus da so enden zack zack so Doreens Gift ist wieder nur die Titspunkte sie stück und jetzt raus sie ja sie sind manchmal das ist nicht jetzt wie auch die Jogh das Problem ist ja ich kenne es nicht spieler mussten auch die 52 und so ich habe noch glaube 30 Sekunden noch was ja ich habe noch mal drei Quests dieses Jahr und drei Quests habe ich noch wollen aber ich nehme jetzt mal ne ich glaube jetzt noch ein bisschen rum weil ich will wirklich noch die ganzen Daily Quests schaffen das war jetzt nur noch die ganze Easter Quests was habe ich jetzt hier noch die Zeit ist um na die Zeit ist jetzt um ich gehe jetzt noch zum Bankio und sage schon vorab gibt für dieses Video einen Daumen nach oben und ein Abo ne ne damit beendet die heutige Folge von Aura King gibt einen Daumen nach oben für dieses coole Video und Ciao Euer Wau Wau Whau Wau Bei Wah Wau Wau Baga